Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, ich wollte eigentlich hier Geschütztürme aufbauen tun, das doofe ist nur, dass diese Wände hier keinen Strom beinhalten, warum auch immer. Es ist leider so, deshalb werde ich unsere Geschütztürmchen woanders platzieren. Das heißt, die nehmen wir wieder mit. Da die Raider oder welche Gegner auch immer uns in nächster Zeit bedrohen wollen und werden eh hierherlaufen, würde ich sagen, wäre es cool hier einen Gang zu machen, da oben, also nur so einen kleinen Dingens und hier oben die zu platzieren. So, das heißt, ich stelle die mal kurz hier ab. So, hier drinnen müsste es irgendwo noch einen Boden für uns geben, einen Beoten, da ist er, der Boden. Wenn, ich würde sagen, wenn es klappt, natürlich klappt es nicht. Ich hätte ihn gerne jedenfalls da oben gehabt, hier so. Oder hier so. Ah, 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 ABC. Heute habe ich etliche Frösche im Hals, weswegen ich nebenbei immer etwas husten muss. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach so. Okay, das klappt überhaupt nicht. Was mir jetzt gerade nicht gefällt, vielleicht hier, hier und da, wird es eher nicht, ich würde gerade sagen, wird es eher nicht klappen. Klappt echt. Und da, neben, da will er nicht, ne? Wegen dem hier wahrscheinlich, ne? Das heißt, ich müsste die Wand hier nochmal rausreißen. Hä? Das ist ja so falsch, oder? Eigentlich. Da. Also, die hier nochmal rausreißen. Boden haben wir da. Ähm, warte. Und dann müsste ich sowas hinklatschen. Na, nicht im Eck. Das hier. Wenn es mir gelingen möge. Bitte. Na, nü. Jetzt komm. Gerade vorhin hättest du gewollt. Mistfink. Da um die Ecke macht das, aber Wollen wir zuerst zu. Nervpolzen. Und da will er nicht, oder was? Aha. Ist doch logisch, oder? So, ist doch logisch. Ist doch logisch. So, wenn ich jetzt aber einmal angenommen den hier dahin klatschen würde, der geht. Gott sei Dank. Sehr gut. So, damit. So, kommt da oben. Das Geschützdingens hin. Einer von zwei. Also einmal so. Dann gehen wir den zweiten holen. Die Äther kommt uns auch hingegen. Servus. Es wird halt immer da vorne einen Sauhaufen geben, aber was soll's. Unsere Siedler sind geschützt. Das ist das Wichtigste. So. Ungefähr so. Natürlich fehlt hier Strom. Keine Frage. Das bedeutet, wir brauchen Strom. So. So, nochmal zurück. Da. Hier. Such, 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 such. Hier, ne? Zack. Geht das? Aha. So nett. Ähm. Da muss ich weiter rauf. Ist eh wieder klar. Warte. Kann ich mir kurz... Ich hoffe, das klappt. Kann ich mir das kurz mal ausbauen? Ja. Man muss sich halt zu helfen wissen. Was war denn das jetzt, ey? Nimmst jetzt den Stromkabel. Ich glaub, ich träum. So. Na. Hier. So. An die Wand. Bitte. Danke. Danke. Jetzt Strom einmal. Strom zweimal. So. Jetzt müsste es passen. So. Das wird dann mitgenommen. Jawohl. Passt. Sehr gut. Jetzt sind wir hier auch schon mal sicher. Das passt ja. So. Hm. Hm. Das Lustige ist, die haben keinen Strom. Wie geht es? Was jetzt bitteschön? Ist das Tom jetzt nicht sowas gewesen? Stromleitung, ja. Sollte klappen. Warum? Versorgt er dir jetzt nicht mit Strom? Warum? Ganz ehrlich, ich lasse das jetzt. Echt, darüber mache ich mir jetzt keinen Kopf. So. So. Weil es einfach schon lächerlich ist. Muss man echt sagen, das ist echt schon etwas lächerlich. So. Werde ich hier den Raum zumachen? Ja, das möchte ich, das werde ich, das werden wir. Wir machen hier zu. So. Hier. Und zwar Wand und so. Wand, Wand, Wand. Da. Wenn es klappend tut. Hm. Hm. No. Klappt natürlich nicht. Warum sollte es denn auch? Es ist echt etwas, ähm... Lästig, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Was? Es wird schon wieder geschossen. Ah, da hinten. Die tun... Die machen gute Arbeit. Wieso kommen jetzt da so viele Raider rein? Es ist ja echt schon lästig. Wirklich wahr. So. Ich mache das mal kaputt. Weil ich merke schon, das klappt nicht zurecht. So. Wo ist das jetzt mit unten? Na, falsche Richtung. Ist logisch. Alter. So. Hier irgendwo, ne? Jawohl. Das klappt schon mal. Sehr gut. Das klappt schon mal. Na, 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 naja. Kann man hier eigentlich so... So einen offenen Dingen zu machen, oder? So ein... Wie sagt man das? So offenes Wohnen, ne? So. 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 Und... Nein. Da drüben auch so ein Eingang vielleicht. Schauen wir mal. So. Weiterbauen. Zack. Zack. Hier dann auch so. Nein. So. Und... So. Dann hier im Eck natürlich noch. Ähm... Hier. Jo. Na. Ja. Nein. Nein. Doch. Nein. Vielleicht. So. Jetzt. So. Jo. Das schaut immer nicht so schlecht aus. Dann kann man hier quasi so rundherum gehen. Gleich mal hier so dann nach hinten ins Lager, wenn man möchte. Und hier dann einfach so rein. Ich glaub, das geht. Ich glaub, ist okay. Da brauchen wir keine Tür. Können wir es offen lassen. Ich finde Gemeinschaftsraum... Oh. Gefällt mir gar nicht mal so schlecht. Aber hier das Geländer. Das muss natürlich nochmal her. So. Perfekt. Und da drüben mit Abschluss. Wenn's klappend tut. Jetzt vielleicht. Lol. Wie er jetzt nicht mehr mag. Lustig irgendwie. Jetzt. Du vielleicht. Alter. Das ist wieder richtig typisch, ne? Ach komm. Ja. Warum einfach, wenn's kompliziert immer geht? Ja. Das liebe Bausystem. Ist manchmal ein bisschen anstrengend. So. Und jetzt? Ja. Jetzt klappt er. Sehr gut. Jetzt schaut's mir nicht so schlecht aus. Finde ich halt. So. Gemeinschaftsraum. Da möchte ich gerne... Dadadadam. Hier rein spazieren. Und das hier mitnimmt. Das Teil hier. Das heißt, das kommt mal ins Inventor. Und der hier kommt mal mit. Normal soll ich so eine Krankenstation auch bauen. So einen kleinen Arztbereich. Naja, warum eigentlich nicht? Ich stelle es mir kurz hier ab. So. Na, so nicht. Falsche Taste. So. Okay, warte. Machen wir die Wand. Machen wir die Wand. Äh, da könnte man eigentlich wieder den hier nehmen, ne? Wenn ich zuvor, wenn ich zuvor, ja, das hier wegreiß. Ja. Ich könnte mir hier echt so einen kleinen Doktor, so einen kleinen Arztraum machen. So eine kleine Praxis. Wäre vielleicht gar nicht mal so unklug. So. Das heißt, hier, wenn es klappt, wo ich gerade keine Hoffnung habe. Na klar. Hm. 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 Jetzt vielleicht, wenn man... Wo ist es denn? Wenn man vielleicht das hier wählt. Ja. Mit Eck. So. Und hier ist so ein Eck. Jawohl. Und keine Sorge, da unten kommt dann ein Boden. Ein Boden kommt da hin. Jo. Jupp. Jo. I... Jupp. So. So. Nein. Ah, wahrscheinlich werde ich zuerst sowas brauchen. Jawohl. Dasselbe auch hier. Und natürlich einmal... Ja. Passt. Genau da. Hat die Maschine gerade schädlich gesagt? Ja. Pass auf, wenn du sie nicht benutzt, dann ist das schädlich. So, jetzt habe ich ein Blödsinn gemacht, weil ohne Tür, wenn wir da nicht reinkommen. So. Ja. Das bedeutet, die Wand muss nochmal raus. Hier kommt eine Tür rein. Die hier. So. Passt. Und jetzt hoffen wir mal und drücken mal die Taumen, Daumen, Daumen, dass der Boden klappt. Irgendwann werde ich Glück haben. Ach ja? Das würde mich freuen für dich. Ich habe nämlich wieder mal keines, weil der Boden nicht mittut. Hm. Hurra. Möselig la. La 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 la. Ja, natürlich. Warum sollte er auch, der gute Boden... Da stehen die Leute doof rum. Sehr gut. Ja. Warum, warum soll es, warum soll es funktionieren? Na? Was meint ihr? Warum? Das wäre ja, das wäre ja lustig und einfach und toll. Ne. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht hinhauen. So. Verlegen wir halt die Dinger wieder. So. Na. Jawohl. Puh. War richtig. So. Klappt das jetzt? Himmel, Herr, Gott, Sakrament. Jawohl. Klappt. Hier auch schon? Nein. Warum? Achso, weil zu weit bin ich, Deb. Entschuldigung. Na, ich will mit dir nicht. Ich will nicht. Ich will doch nur das da. Und? Geht's schon in die Ecke? Nö. Aber hier vielleicht? Ähm. Na nu, wie stehe ich denn? Wo bin ich? Da. Nein. Hä? Da. Ähm. Irgendwann werde ich Glück haben. Ja, ja. Freut mich für dich. So. Dann halt so. 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 Dann wieder ein Eck. Na, falsche Taste. So, das Eck. So, ja. Okay. Dann wieder das hier. Ja, das ist normal. Das gehört sich so. Denkt dir nichts dabei. So. Dann mit Tür. Jawohl. Dann wieder mit Ecke. Und jetzt müsste der kleine Arztraum fertig sein. Jawohl. Jo. Das schaut nicht so schlecht aus. Da außen ist es halt ein bisschen hässlich. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Jetzt geht die... Nein. Falsch. Der war drüben zum holen. Stimmt. Der war drüben. Der war drüben. La la la. Da kommt noch der Labor. Die ist mit. Also mit hin. So. Bitte nicht verdrücken. Bitte nicht verdrücken. Bitte nicht verdrücken. Bitte nicht. Äh. Ich würde sagen... Da mal so hin, ne? So. Mit natürlichen Strom. Nein. So. Mit Strom. Jetzt bin ich echt gespannt, ob da kein Strom mehr geht. Na, da geht er. Nur da oben nicht. Voll interessant irgendwie. Naja. Was soll man machen? So. Apropos. Hier fehlt noch was. Na, das täuscht dich. So. Da täuscht du dich. Jawohl. Halt. Stopp. Passt. So. Passt. Da kann dann der gute Clam. Super. Seine Doktor-Spielchen machen. Was? Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Klickbräufe. Nein, nein. Das ist alles okay. So. Richtig. Der hier. Kommt auch mit. So. Wird hinten angebrachter Strom, ne? Jawohl. Perfekt. So. Würde ich sagen. So. Dann. Puh. Wo war noch was? Der Labor-Tisch eigentlich. Der gehört eigentlich auch da rein. Steht der gerade auf dem Labor-Tisch? Jupp. Der steht auf dem Labor-Tisch. Äh. Ich brauche den leider. Tut mir leid. So. Da. 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 Ich würde sagen. Da drüben. So schön im Eck. Vielleicht so. So ist er glaube ich schöner. So. Ne? Ein Stückchen noch ran an die Wand. Ja. 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 Ich glaube kann man so lassen. Gut. Dann natürlich sowas. Darf nicht fehlen. Das schaut wahrscheinlich gar nicht mal so doof aus. Hier vielleicht noch ein kleines Bürolein. Bürolein. Büro. Büro. Gibt es denn noch irgendwas? Arzt bedingt es? Nö. Glaub nicht. No. Dass die da oben klappen. Das wundert mich echt. Aha. Warte mal. Da ist ein bisschen schief. Jetzt. Ah. Weil schief war. Okay. War es nicht verbunden. Okay. Alles klar. Alles Klärchen. Ja. Licht war auch mal so ein Thema. Ja. Das kommt dann zum Schluss. Stimmt. Das machen wir dann anständig zum Schluss. So. Ja. Und ja. Dann machen wir das auch mal schön. Mit einem Boden. Na warte. Nichts Boden. Nichts Boden. Dann machen wir das mit. Warte. Wo sind die Dinger? Wo ist denn das? Hier ist die Tür. Das müsste normal meiner Hoffnung grün werden. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier. Wie das hier. Was? Nein. Wegen dem hier. Hier. Natürlich. Das bedeutet. Ein luchsschöner Boden. Einmal. Na. Was hat er denn da drin gebaut? Das ist ja nicht zu glauben. So ist das. Das ist echt unglaublich. Also wirklich. Ja. Also. Einmal. Na komm. Spiel mit. Zweimal. Und. Ja. Noch ein Boden. Bursche. So. Dann. Als nächstes. Nein. Ähm. Ja. Das gehört sich so. Also. So normalerweise. Was hab ich weggehauen? Aha. Warte. Weg. Und. Weg. So. Jetzt müsst ihr passen. Jawohl. Genau. Nein. Nicht du. Das da. So. Und. Was? Ach komm. Echt jetzt? Ach ja. Das ist wieder die falsche Ding. Äh. Das sind jetzt immer vor der Ecken. Komischer Kauz. So. Bitteschön. Das schaut euch schon noch was aus. Hier dann nochmal dasselbe. Nein. Das da oben kommt weg. Jo. Jupp. Und. Oh je. Ha. Nach Möglichkeit möchte ich das nicht wegreißen. Gucken wir mal. Ob es gehen würde. Ähm. So. Ähm. Nein. Warum nicht? Hier vielleicht noch. Das ist nur die Ecke, ne? Was hab ich gemacht? Jetzt hab ich den Boden jetzt weggelesen. Weil ich schlau bin. Weil ich schlau bin. Da. So. Äh. Da da da. Du da du. Da du da da. So. Du da normalerweise. Im Eck. Ja. Nein. Doch. Schön. So. Dann hier. Der Kerl wieder. So. Klipsel. Yeah. Daneben auch bitte. Bitte. Will nicht. Geht nicht. Oder wie? Das hab ich doch weggerissen, ne? Ja. Das Ding ist kaputt. Das macht immer so komische Glickgeräusche. Ja. Hier ist so einiges kaputt, meine Liebe. Das hast du richtig erkannt. Aha. Und vorn drauf geht nix, oder wie? Da aber. Aha. Und hier ist... Nix. Das ist total interessant, irgendwie. Aber voll. Wieso klappt das nicht? Bei allen anderen hat's hingehauen. Da wieder nicht. Jetzt. Wow. Glück gehabt. Super. Ja. Jo. Das kann man, glaube ich, so lassen. Das schaut nicht so schlecht aus. Jo. Also mir gefällt's schon mal. Jo. Dann eine Tür. Rü-rü-rü-rü. Passt. Haben wir da auch schon eine Tür? Nö. Zu, die Hiten. So. Da ist da schon eine Tür? Nein. Aber jetzt. Und hier. Auch noch nicht. Ach du liebes bisschen. Da geht sowieso keine Tür, ne? Da. Haben wir auch noch keine. Alter. Vernachlässigung Totalus. Hier ist da eine. Na. Und hier, da haben wir wohl eine. Wahnsinn. Sup, sup, supi. Sehr gut. Gut. Mit unten sind wir mal fürs Erste so gut, ja, mehr oder weniger fertig, sagen wir so. Ja, da oben schaut's aus. Ich hoffe, ich kann das mit normalen Böden begleichen. Ja. Schaut nicht so schlecht aus. So. Nein. Halt. Ja. Jawohl. Juppi. Aber sicher. Nur nicht den Hut verdienen. Nein. Pfui. Böser Boden. So. Ähm. So. Jawohl, ja. Klipsel. Klipsel. La 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 la. Da. Und da. Sehr gut. Da drüben schaut's gut aus. Da oben schaut's gut aus. Brauchen wir uns nicht beklagen. Alles schön. Und das freut mich. Zähne. Ich könnte da die Wand zubauen, ne? Warte mal. Ich probiere mal was. Äh. Ja. Du musst womit dann auch kurz flieh, äh, weg hier. Was ist, wenn... Na, wo bist du denn? Da. Klappt das? Nö, ne? Das wird wahrscheinlich eher nicht klappen. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Nein. Klappt natürlich nicht. Aber vielleicht da oben? Ach so, warte. Deshalb nicht. Warte kurz. Vielleicht jetzt. Äh, hier. So. Vielleicht jetzt. Bitte. Na. Nö. Das haut so nicht hin. Schade eigentlich. Wäre toll gewesen. Naja. Dann eben wieder auf die alte Mod... Alte Modische Art. Alte Mod. So. Auf die alte Mod Art. Ich hoffe, das kriege ich nochmal hin. Das wird echt traurig, wenn ich es nicht mehr... Ja, wahrscheinlich kriege ich es ja nicht mehr hin. Nein. Nicht den Boden. Na, wo ist denn das jetzt? Hä? Da. Wird grün. Um Himmels Willen. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. Na, warte. Tu mir die Tür... Ach, du musst da mal weg. Ja. Entschuldigung. So. Ich hätte das nicht machen sollen. Wird es jetzt wieder grün? Jetzt mach aber einen Punkt, oder? Das kann echt nicht wahr sein, oder? Jetzt vielleicht? Echt jetzt? Dein Ernst? Ja. Lala. Da, 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 da. Aha, jetzt wird er gehen. Mal schauen, ob er jetzt im Ganzen nimmt. Und... Na, und? Na. Nee. Unter keinen Umständen. Ich krieg das nicht hin. Na. Schade. Das hier? Wird das zum Troll gehen? Nein. Hier? Irgendwas? Nö. Na gut. Dann muss ich das halt wieder so bauen. Zurückbauen, wie es war. Mit dem Teil hier. Nein. Ach, komm. So. Und leider einmal... Na nü. So, glaube ich. Ach, ja. Klappt auch nicht. Dein Ernst jetzt? Ja, jetzt baut man da einmal Scheiße, ne? Und das ist schon wieder alles beim Arsch. Aber alles. Jetzt. Boah, ey. Das ist halt echt unfassbar. Es ist wirklich nicht zu fassen. Na nun, wo ist denn jetzt wieder mal... Da. So. Gut. Wenigstens haben wir es ein bisschen wieder hinkriegen können. Okay, es geht nicht anders. Es muss so leider bleiben. Zu meinem Bedauern. Was soll ich machen? Nichts kann ich machen. So. Das ist leider die traurige Wahrheit. So. Dann wieder rauf mit dir hier. Du. Weg. Hier müsste aber auch noch einer gewesen sein. Halt. Was? Aha. Jetzt geht's hier. Aha. Okay, aber darf ich hier nicht mehr, ne? Ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da fehlen mir wirklich die Worte. Aber vielleicht geht's mit... Wo ist es denn? Dem hier. Na los. Ja. Gut. Wenigstens so. Wenigstens so. Geht sich hier vielleicht auch noch... Ich meine, ich wage es nicht zu hoffen. Nein. Aber vielleicht geht sich hier nochmal jetzt ein Boden aus. Warum auch immer. Wenn ich ihn jetzt wieder anfinde... Wird's nochmal grün? Bitte? Na. Ach ja. Da muss ich wohl so zufrieden sein. Hilft nix. Okay. Wir haben's probiert. Gut. Der Part ist... Na, der Part ist noch zu Ende. Noch nicht. Nein, wir haben noch 10 Minuten. Gott sei Dank hab ich grad nur verschaut. So. Ja. Dann hier noch ein normaler Boden. So. Hier. Bitte? Funktioniere. Es ist zum Mäusemelking. Es ist halt echt unglaublich. Jetzt klappt der Boden da auch nicht, oder was? Warum denn bitte? Wegen dem jetzt, oder was? Klappt jetzt der Boden. Das ist echt... Das ist schon langsam frustrierend. Echt. Geht er jetzt? Ja. Mach. Das soll mal einer verstehen. So, du glumpert. Jetzt ins Eck mit dir. Jetzt klappt das nicht, oder was? Ah, ist das schön. Schön und anstrengend. Schön anstrengend. Verstehst? Dann hau ich den nochmal weg. Und ich hätte hier dafür gerne... Na, bitte. Komm, mach mit. Dafür hätte ich gern dann eben... Wo ist es denn? Die Wand. Richtig? Ja. Drehen. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft. Sollen wir nicht glauben. Wir haben es hinbekommen. Wahnsinn. Ich kann noch eins probieren. Das hier wenigstens noch zu ist. Was ich nicht glaubt, dass es klappen wird, aber... Es heißt immer Versuch macht klug. Na. Ist ja Blödsinn. Das kann nicht hinhauen, ne? Oder? Oder? Hör auf. Echt? Aber das ist ja unten, ne? Das kann ja fast nicht klappen. Warte. Mit dem Boden vielleicht? Nö. Na. Dann, ähm... Ja. Hm. Machen wir halt nur eine normale Wand nochmal. Das müsste, glaub ich, klappen. So. Schaut nicht so schön aus, aber... Scheiß davon drauf zu ist. Ui. Gut. Dann gehen wir die nächsten Schlafgemächer an, würde ich sagen. Also allererst fürchte ich, dass wir den hier noch hinkriegen müssen. Das gefällt mir nämlich auch noch bei Weitem nicht. Der Außenbereich hier. Jetzt hab ich gerade überlegt, ob ich das jetzt richtig mache. Hier kommt noch ein Fenster vom Aufseher hin, ne? Eigentlich. So. Mal schauen, ob das klappt. Ob wir hier mit der Ecke und so zusammenkommen tun. Aha. Aha. Ja. Das schaut nicht schlecht aus. Da oben. Okay. Das schaut auch nicht schlecht aus, aber... Da brauchen wir sowas. Jawohl. Hier auch. Aber... Wenn's möglich ist, gleich im Ganzen. Mit Boden. Ohne Boden wäre cool. Ohne Boden wäre cool. Das heißt... Äh... Moment. Das hier. Bitte. Ja. Super. Und unten bitte nur die Wand. Jawohl. Das haut echt gut hin. Klein Zocki ist entzückt. So. Dann brauchen wir hier... Eigentlich den da. Naja, nicht so wirklich. Da brauchen wir eher den da. Und da unten... Eigentlich niemanden mehr, ne? Nur hier, wenn's klappt, ein Boden... Jawohl. Warte. Warte mal. Warte. Die reißen wir mal weg. Jetzt gibt's kurz kein Wasser. Es tut mir leid. Kommt aber gleich wieder. Äh... Und zwar hier bräuchte ich aber den hier. Ja, natürlich klappt das nicht, ne? Wegen dem da. Komm. Jetzt lass das ihn nicht umstellen, oder was? Dieses Unkraut. Weg mit dir. So. Klappt das jetzt? Bitte? Na, es will nicht. Grrrr. Echt. Wenn ich nach dem Warum frage, könnte es mir wahrscheinlich keiner sagen. Das klappt, ne? Super. Ich will das aber nicht. Ich will das haben. Jetzt geht er. Ah, na loko. Ist ja logisch. Gibt es hier noch schöne Wand? Hier. Ja, da drüben auch schöne Wand. Ja. Bravo. Aber. Warte, da fällt mir gerade was ein. Vielleicht doch lieber... Das hier. Ach so, da muss ich ja wegräumen, alles, ne? Meine Güte. Haben wir jetzt Platz? Dieser ganze Schrott. Äh, verwerten? Jo. Verwerten. Jo. Ah, ja. So, jetzt aber. Richtig. Und hier geht es sich normal auch nochmal aus. Glaube ich. Halt. Das wird eine Millimeterarbeit. Das schaut doof aus, oder? Wenn das da draußen steht. Wenn das da raus steht. Gefällt mir nicht zurecht. Dann würde ich es gerne lieber so lassen. Und dann hier so ein Eck rüber quasi. Ist, glaube ich, hübscher. Dann hier brauchen wir eine Decke. Das sollte eigentlich funktionieren, Leute. So, vielleicht. Och, Mensch. Boden. Boden geht auch nicht. Echt jetzt? Manchmal ist es wirklich mühselig. Ganz ehrlich. Manchmal könnte man aus der Haut fahren. Aber nur manchmal. Ich will da unten nicht so einen hässlichen Boden haben. Ah, falsch. Willi, echt nett. Das haut halt hin, ne? Das haut halt hin. Und hier haut gar nichts hin. Wie gewohnt. Ich überlege gerade, wie ich das zusammen, oder wie ich das hinbekomme. Hier wahrscheinlich nur einen Balkon zu machen. Ich werde hier wahrscheinlich verbinden müssen. Aber wenn wieder das Fenster hier zickt, schaffe ich es ja wieder nicht. So, kann ich, wenn ich das Geländer hier wegnehme. So. Ah ja. Wie weit klappt das mit dem hier? Hm. Da kommen wir aber nicht weit. Ah. Ah. So. Und hier? Ja. Und hier? Geht schon wieder nichts, ne? Hm. Drinnen wird es gehen. Auch nicht schlecht. Hier im Eck geht auch nichts. Okay. Okay. Das ist echt nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, der Part ist zu Ende. Jetzt aber wirklich. Ah. Okay. Das würde er nehmen. Der Gratler. Echt? Hehe. Lol. Das wird hinhauen. Also manchmal kann man sich echt nur geschält vorkommen. Wirklich verarscht und geschält. So. Das klappt. Ja. Dann werde ich es eben von hier drinnen machen müssen. Hier so eine Stiege rauf und hoffen, dass es geht. Na gut, ihr Lieben. Wir beenden den Part. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie weit das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.